Liebe Freunde, wir haben jetzt die 20-Jahr-Feier des Rotary-Clubs Saalfelden. Vor 20 Jahren wurde der Club gechartert und hier sind eine Menge von Freunden und Club-Mitgliedern auch von früheren Zeiten oder die auch inzwischen nicht mehr dabei sind. Wir sind jetzt am Rückenberg in Saalfelden und ich werde jetzt die einzelnen Mitglieder durchgehen, sodass man auch später nochmal sehen kann im Live-Bild, was eben an Rotarien zu dieser Zeit, eben am 16. Juni 2010, anwesend war. Ich wollte jetzt einen Sturm im Film. Prost, Prost Wolfgang, passt das, oder? Prost. Ich muss ein bisschen was schauen. Ich glaube, die vergangenen 20. Ja genau, wo wir dann nicht überall dabei waren, gell? 26. Immerhin. Gehen wir schon rein. 26. Haben wir schon. Der Franzi hat eh einen Film, aber da braucht er eh gar nicht. Schau. Servus. Geht's nochmal rein. Einmal. Ein Engelbär. Schau, den sehen wir so sollten. Alles, was heute aufholt, wird dein Finanzminister folgen. Nur, dass du es gleich gesagt hast. Gell? Mit einem Aufmerksamkeit. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Also, aufholt. Ja. Ja.